Herzlich Willkommen Freunde der gepflegten Unterhaltung heute zu einem neuen Halo 3 Live Commentary mit fucking Facecam. Jo, jetzt geht's endlich mal wieder ab. Äh, länger nix von mir gehört, ja ich weiß, ist okay, aber Halo 3, ich hab grad gesehen, 15.000 Spiele online, aber ich hab zwar seit, pff, bestimmt zwei Monaten jetzt nicht mehr wirklich viel Halo gespielt, aber scheiß drauf, ich werd voll verkacken, egal, Halo 3 wird wieder von 15.000 Leuten gespielt, Social Slayer 5000 Leute online, bam, und es ist grad halb zwei, um diese Uhrzeit, nur noch nicht mal in Klammer. Okay, und das Spiel geht jetzt los, Team BRs auf Construct, bam. Ich werd voll verkacken, ganz gleich, wir machen das. So. Oh Gott, ich hau erstmal ab. So, ich, äh, bin hier grad voll nicht eingewöhnt, Leute, man verlernt's zwar nie so ganz, ja, aber, ähm, ähm, manche Sachen dann halt doch. Auch keiner das, nein. So, jetzt hab ich das mal, äh, hier geg... Oh Gott, roter Punkt, der überall, äh. Ich bin verwirrt. Hm. Na? Wollte grad sagen. Nein. Was? Und er hat auch noch ein Tufo-Hohren mit dem Laser gemacht, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Wie schlecht. Ja, ich muss mich grad live wieder eingewöhnen, aber wir machen das schon. Fuck, und dann sind dann noch zwei. Hm, ja, 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 ja. Ich werde jetzt, denk ich mal, auch mehrere Runden spielen, ich mein, ne, ja. Muss ja auch mal wieder ein bisschen hier was mit unserem Channel passieren. Ist ja also halbtote Hose. Ich hab's doch noch gewusst. Der leckt ja gar nicht, nein, hey. Ähm. Oh. Den nehmen wir doch gleich mal mit. Wo ist denn hier mal jemand? Hallo? Oh, oh. Goddammit. Puh. Ähm, ja, wir machen das. Danke, dass der auch stirbt. Ja, ich hab mich noch geholt mit dem Laser. Oh, oh Gott. So. Bin's auch gar nicht mehr gewöhnt, so live Zeugs zu kommentieren. Wir müssen das jetzt hier mal wieder alles ganz professionell tun. Ne, ist ja ganz klar. Was denn noch sonst? Hm? Was könnte man von uns denn noch anderes erwarten? Oh, da hab ich ihn gehört, wie er geschrien hat. Goddammit. Den treff ich nicht mit dem scheiß Laser. So, ähm. Ist der Neue? Vielleicht schon gespawnt? Ja, ja. Okay, teammate. Nimm du den mal. Vielleicht triffst du auch mehr als ich. Ich mein, das ist ja nicht ausgeschlossen. Ah, fuck. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr in den Lifters. Das war blöd. Warum macht der Splitscreener das mit seiner Hayabusa? Das ist ganz komisch. Ganz, ganz komisch ist der. Ich finde es total seltsam. Und mysteriös. Ich mach die ganze Zeit Kills mit Granaten. Ich sag euch, am Ende hab ich noch Zerstörungswerkzeuggranaten. Das geht ja gar nicht. Hey, Leute. Lass doch den Scheiß mal hier. So. Papp. Au, au, au. Ich muss hier ganz schnell weg. So. Aber warum, wer hat denn den Laser bitte hier reingepackt? Das geht ja gar nicht. Den muss man schon hier nutzen, ne? Ich mein, der liegt ja nicht so zum Spaß hier rum. Juhu, endlich mal wieder ein Massaker. So, und jetzt nehmen wir uns doch wieder das Stipe. Ich bin dann doch ein bisschen sicherer. Also was heißt sicherer? Ich werde jetzt mit dem Stipe auch nicht viel reißen, aber immerhin mehr. Jetzt kommt halt auch mal hoch. Fack, 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 lass mich in Ruhe. Boah. Gut, dass der da runtergefallen ist, ja. Sonst wäre ich jetzt tot gewesen. Wenigstens hat er nur einen Schuss im Snipe, damit kann er jetzt auch nicht so viel anfangen. Das ist ganz praktisch noch für uns so. Oh, fack. Die Mad weg. Ah, jetzt habe ich ihn einen One-Shot genaded. Au, au, au. Zu viele Neds. Das ist mir sehr heikel hier. Wir holen uns mal den Energiestaubsauger. Hey, nicht alle draufgehen, Leute. Hey, 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 hey. Ah, haben wir schon gewonnen. Also elf Kills, ich mein, das hätte auch schlechter ausgehen können. So, wie lange haben wir jetzt gespielt? Ich meine, in diesem Video machen wir dann noch eine Runde. Aber ich werde jetzt erst mal schneiden, würde ich sagen, bis wir im nächsten Match sind. Na, das ist dann ein bisschen spannender für euch. Okay, also bis gleich. So, nochmal, um das jetzt hier offiziell zu announcen. Ich habe jetzt, ich habe jetzt Verstärkung bekommen. Genau. Damit man auch gewinnen. Hey, 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 hey. Ich habe auch vorher schon gewonnen, ja? Glaube ich. So. Oh, ich habe vorgebracht. Dann sind wir jetzt ganz konstruktiv. Ah, ha, ha, ha. Oh, 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 oh. Ja, ja. Man kennt's. Los, Krieg. Tod und Verderben. Ah, ah, ah. Oh, fuck, das war dumm. Ich werde sterben, ja. Blöd. Blöd. Äh, Energie-Staubsauger, mach deinen Job. Staubsauger? Ja. Ich habe dadurch Kill bekommen. Good Job. Ah, ha, 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 ha. Hat die Partikel eingesaugt und dann, äh... Oh, wei, close. Fuck! Ah! Meine Leiche fetzt nur so voll nach vorne. Ich bin gerade nur noch... Come, come, dann kriege ich. Ja! Gemkill. I'm a cybernetic organism. I come to protect you. Oh, fuck. Dribble! Au! Overkill! Ähm, ja. Well done. Ich habe keine Ahnung, Mistraven. Ach, man hat eine konstruktive Konzentration. Ja, ja. Ich bin so konzentriert, ich bin schon das reinste Konzentrat. Oh. Alter, Alter! Alter, Alter, Games. Ah. Wie will destroy everyone? Wie? Oh, fuck. Ich habe einen gesplasert. Was? Ich wurde rausgespraybt. Ähm. Ich fahre da mal weiter. Hahaha. Der Hügel Jump. Ganz klassisch. Oh, vor uns. Vor uns. Laser. Oh, Laser. Oh, Laser. Ah! Ich habe ihn. Aber ich bin tot. Mano. Ja, ich fahre da mal weiter. Warte, warte. Oh. Feuerfall. Oh. Gib ihm. Oh. Nein. Alter. Boah, da ist voll die Eliten-Armee. Au. Betrayed by. Oh, 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 ich sehe ihn. Nicht. Aua. Ich weiß es nicht. Oh, oh, oh. Wie geil das aussieht, wie die ganzen Eliten da rumlaufen. Das ist ja mal der Hammer. Naja. Hey, ich habe jetzt... Das ist eher der Halloween-Horror. Oh. Und dann der Sound voll in wieder. Auch meine Eliten-Liebe. Die stirbt niemals aus. Power-Trainer incoming. Aua. Pass auf mit dir. Pass auf, wo du hier den Staub saust. Warthog incoming. Oh, Gott. Grab the laser. Oh, ich... Ich wollte gerade... Oh. Ah, ah. Ich wollte gerade sagen, Zeit mit den Mongoose rumzufahren und dann holst du den Warthog saufen. Oh. Oh. Oh, ich lebe noch. Der hat das Geschütz gestackt. Ich auch. Geh ihm. Oh, oh. Mann. Oh. Oh. Geht ihr auf dem Boden, Schleiter? Hm. In der Leiche. Zeit, dass wir das untersuchen. Oh, da ist noch eine. Man sieht schon, das Gras wächst durch die Leiche. Die muss schon länger herlegen. Sollten die C14 Methode anwenden. Ob Eliten auch aus Kohlenstoff bestehen in den Knochen? Hm, das ist irgendwann interessant. Nein, die Leiche ist weg, das Board. Wir können sie nicht mehr untersuchen. Goddamit. Zeit, eine neue Leiche zu erschaffen. Also, es regt ja schon... Ey, die macht ein Face-Form. Oh. Das regt ja schon zum Schießen an. Also, hier diese Zielmarktgebung da. Also, das ist... ...vortal. Trollolol. Knack, knack. Oh, oh. Ja, ich hab'n Kill bekommen. Paolo Coyote! Ich seh' dich! Was steht denn da auf'm Laser drauf? Hab stehen. Weil ich zoome so auf dem Laser mit dem normalen Fernblas. Und im Hintergrund seh' ich dann nur so wieder so zwei Eliten auftauchen. Und dann so, ups. Legendär. Wie fandet ihr das heutige Video? Lasst es uns wissen. Gebt eine Bewertung ab und schreibt einen Kommentar. Ihr wollt mehr von uns sehen? Dann klickt doch auf Abonnieren und checkt unseren Channel aus. Ihr wollt uns unterstützen? Dann teilt doch das Video mit euren Freunden und der ganzen Welt. Ihr wollt immer auf dem neuesten Stand bleiben, was Psycho und Quert angeht? Dann schaut doch mal auf unseren Social Network Seiten auf Twitter, Facebook und Instagram vorbei. Psycho und Quert gibt's jetzt natürlich auch für unterwegs. Als Audio-Podcast, auf iTunes und als RSS-Feed. Ihr wollt mehr von Psycho sehen? Dann schaut doch mal auf seinem anderen YouTube-Kanal Psycho Games TV vorbei. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf unserem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, stay tuned und bis zum nächsten Mal bei Psycho und Quert. Bis zum nächsten Mal bei Psycho.